Musik Ich habe jetzt hier in Wien in meiner Wohnung nicht einmal ein Bild an der Wand, weil ich will es dann sehr ruhig und gerade und eben zurückgenommen haben. Ich verstehe, dass es oft bei einem Hotel darauf ankommt, dass es in Erinnerung bleibt. Und ein Hotel, das in Erinnerung bleibt, braucht natürlich Dinge, an denen man sich festhalten kann. Mein erstes Geld habe ich als Parkplatzwächter in Helbrunn, das ist ein bisschen außerhalb von Salzburg, verdient. Und ich konnte dann am Ende dieser Saison eigentlich auf 50 Groschen, genau das kann man in Cent, in Eurocent gar nicht mehr ausdrücken, sagen, wie viel Trinkgeld der Parkkunde einem geben würde. Musik Am liebsten fahre ich Fahrrad, weil da kommt ganz viel Sauerstoff in den Kopf. Und man muss doch so aufmerksam sein, dass man nicht die Gedanken, die man aus dem Büro oder von wo auch immer mitnimmt, weiterspinnen kann, weil sonst würde man einen Unfall bauen. Das ist für mich das Beste. Musik Musik Musik